Das ist eine Durchsage Ihrer Frankfurter Polizei. Wir wollten die Gelegenheit gerne einmal nutzen, um uns bei Ihnen allen dafür zu bedanken, dass Sie die aktuellen Verordnungen zum Einhalten des Mindestabstands so hervorragend einhalten. Nur so kann es uns gemeinsam gelingen, den Coronavirus den Garaus zu machen. Und deswegen machen Sie bitte genau so weiter. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür. Und deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Ihnen allen noch einen restlichen, wunderschönen Feiertag zu wünschen. Einen sonnigen Feiertag, ein frohes Osterfest. Das allerwichtigste aber, bleiben Sie bitte gesund. Und da bin ich mir sicher, werden wir uns alsbald wiederhören. Vielen Dank, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.